Ich rufe Tagesordnungspunkt 34 auf. Antrag Fraktion der AfD – Förderpraxis des Regionalflughafens Kassel Airport – Verbessern, Drucksache 20–8046 – Dies ist auch der Setzpunkt der Fraktion der AfD. Als Erstes bitte ich Herrn Vohl von der AfD ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wir haben das Thema des Regionalflughafens Kassel Airport heute als Sechstfunk eingebracht, weil wir bei diesem Beispiel nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch eine Chance sehen, dass sich an einem festgefahrenen Kurs nicht nur etwas ändern muss, sondern sogar etwas ändern kann. Anlass zu dieser Hoffnung auf Veränderung gibt uns einerseits die äußerst interessante Ausgangssituation. Wir haben sowohl im Regierungslager als auch auf Seiten der Opposition sowohl Befürworter als auch Gegner dieses Projektes. Dazu kommt, dass inzwischen fast zehn Jahre vergangen sind, seitdem der nordhessische Verkehrslandeplatz zu einem Regionalflughafen ausgebaut und aufgestuft wurde. Somit ist sowohl für Befürworter als auch für Gegner die Zeit gekommen, einmal ein Résumé zu ziehen. An dieser Stelle nur ganz kurz die wichtigsten Fakten zur Entwicklung. Vor 20 Jahren sollte der Verkehrslandeplatz in Kassel-Calden für 100, später dann 150 Millionen €, zu einem kleinen Regionalflughafen ausgebaut werden. Dass er im Endeffekt mit 300 Millionen € zwei- oder dreimal so teuer wurde wie geplant, war zwar bedauerlich für den hessischen Steuerzahler, wäre aber deutlich leichter zu verschmerzen gewesen, wenn er eine Erfolgsgeschichte gewesen wäre. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und vereinzelt SPD-Fraktion Doch leider bleibt der nordhessische Regionalflughafen weit hinter seinen Erwartungen zurück. Die für den Bau dieses Flughafens zugrunde gelegte Prognose, die von einer Eröffnung im Jahr 2010 ausging, sagte für das Jahr 2015 als ganz wahrscheinliches Szenario über 560.000 Passagiere voraus. Wenn alles richtig gut laufen würde, sollten es über 940.000 Passagiere sein. Schlimmstenfalls, also wenn alles ganz schlecht läuft, mindestens 322.000. Im Frachtbereich lag die Prognose zwischen 1.700 Tonnen und 3.500 Tonnen. Doch selbst im bisher erfolgreichsten Jahr des Regionalflughafens 2018 lagen die Passagierzahlen mit einem bisherigen Spitzenwert von 131.800 und einem Frachtaufkommen von 206 Tonnen weit, und zwar sehr weit unter den schlechtesten Prognosewerten. Im laufenden Jahr rechnet Kassel Airport, wenn alles gut läuft, mit 113.500 Passagieren, immerhin dreimal so viel wie letztes Jahr, als Corona-Jahr, und mit einer Luftfracht von nur noch 15 Tonnen. Das mehr als ernüchternde Passagier- und Frachtaufkommen schlägt sich natürlich im Betriebsergebnis nieder. Hatte man anfangs noch gehofft, dass die öffentliche Hand sukzessive von Zuschüssen in Höhe von rund 9 Millionen € im Jahr wegkommen könnte, zeigen die Ergebnisse der Prognosezahlen, dass man sich von diesem Ziel leider verabschiedet hat. So soll der Jahresfehlbetrag, der im Jahr 2015 genau 6 Millionen € betrug, innerhalb von zehn Jahren nach den sicherlich eher günstigen Prognosen nur um knapp 1 Million € auf 5 Millionen € im Jahr 2024 abgesenkt werden. Für die zusätzliche Finanzierung der hoheitlichen Aufgaben wird im selben zehnjährigen Zeitraum mit einer Absenkung um weniger als 10 % von 3,6 auf 3,3 Millionen € gerechnet. Summiert ergeben sich für die Zuschüsse der öffentlichen Hand somit Kürzungsraten von gerade einmal 1,4 %. Im ersten schwarz-grünen Koalitionsvertrag hatte man sich noch darauf verständigt, den Verlustausgleich des Landes um jährlich mindestens 10 % zu senken, übrigens auch auf Kosten der kommunalen hessischen Mitgesellschaften. Inzwischen gibt man sich laut aktuellem Koalitionsvertrag mit einer kontinuierlichen Reduzierung der Gesamtkosten zufrieden. Doch jährliche Kürzungen von 1,4 % sind von ihrem ursprünglichen Ziel doch meilenweit entfernt. Beifall SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Ausgehend von den von der Landesregierung vorgelegten Prognosezahlen kann also folgendes Resümee gezogen werden. Wenn alles gut geht, soll alles so bleiben wie bisher, und der Steuerzahler soll auch in Zukunft jedes Jahr mehr als 8 Millionen € in den nordhessischen Regionalflughafen stecken. Meine Damen und Herren, das kann nun wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen sein. Es wäre Zeit, dass sich hier endlich etwas bewegt. Nachdem die erste Runde an die Ausbaubefürworter ging und der Regionalflughafen gebaut wurde, müssen wir nach fast zehn Jahren ernüchternd feststellen, dass das Leuchtturmprojekt leider nicht die erhoffte Strahlkraft besitzt. Jetzt liegt es an den Befürwortern, eine konsequente Überprüfung der Kosten-Nutzen-Verhältnisse zuzulassen und auch Eingeständnisse zu machen. So muss die Frage erlaubt sein, welchen Nutzen die Umwittlung des Verkehrslandeplatzes zum Regionalflughafen Kassel Airport gebracht hat. Nimmt man die Auskunft der Landesregierung, so ist die Antwort klar. Ich zitiere aus der Drucksache 20-6610. Der Unterschied zwischen einem Verkehrslandeplatz und einem Flughafen liegt im Vorhandensein eines Bauschutzbereiches. Dieser hat nur mittelbar Auswirkungen auf die Durchführbarkeit von Flügen, sodass nicht auszuschließen ist, dass alle Flüge seit 2013 grundsätzlich auch an einem Verkehrslandeplatz hätten durchgeführt werden können. Und weiter, eine Berechnung des aufgrund der Eigenschaft des Kassel Airport als Regionalflughafens zusätzlichen Passagier- und Frachtaufkommen ist daher nicht möglich. Oder im Klartext. Für den Flugverkehr in Kalden spielt der Status keine Rolle. Man kann keine zusätzlichen Passagiere oder Fracht für den Regionalflughafen berechnen, weil es keine gibt. Der Flugplatz bei Kassel hätte als Verkehrslandeplatz denselben Flugbetrieb durchführen können wie der Regionalflughafen. Jetzt soll lediglich das Angstargument des Bauschutzbereichs, dass möglicherweise jemand in der Nähe des Flughafens, der Flugbahn etwas errichten könnte, das den Flugbetrieb behindert. Die immensen Ausgaben für die hoheitlichen Aufgaben sollen dies rechtfertigen. Das sehen wir nicht so. Die Wahrheit ist doch, dass bestehende Eitelkeiten sich schwer damit tun, 300 Millionen € in einen Verkehrslandeplatz zu stecken, ohne dass daraus ein richtiges Prestigeobjekt entsteht. Schlicht nach dem Motto, jetzt haben wir einen Flughafen gebaut, dann muss er auch die entsprechenden Aufgaben erfüllen, und dann muss er auch den entsprechenden Namen tragen. Kassel Airport klingt einfach besser als Verkehrslandeplatz Kassel-Calden. Aber was soll das, wenn sich die entsprechende Nachfrage, auch nach zehn Jahren und etlichen Sanierungsversuchen, einfach nicht eingestellt hat? Meine Damen und Herren, wollen wir wirklich weiterhin jedes Jahr 3,5 Millionen € für hoheitliche Tätigkeiten ausgeben, wenn ein Flugplatz genau denselben Effekt erbringt? Sollten wir das Geld nicht besser in sinnvollere, nordhessische Infrastrukturmaßnahmen investieren? Es geht uns doch nicht darum, die gebauten Immobilien oder die Landebahn wieder abzureißen oder den Flughafen stillzulegen. Es geht einfach darum, wieder ein Normalmaß zu finden. Wir hätten gerne Ihre Zustimmung sowohl von Gegnern, aber insbesondere auch von den Befürwortern, dass die Landesregierung aufgefordert wird, endlich ein realistisches Konzept für den Weiterbetrieb des Regionalflughafens ohne hoheitliche Tätigkeiten vorzulegen. Meine Damen und Herren, das wäre ein erster Schritt. Damit sich endlich hier etwas ändert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion hat sich nun Frau Arnoldt zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mal wieder befasst sich die AfD mit dem Thema Kassel-Kalden. Hier könnte man jetzt zum Beispiel, wie Sie auch teilweise zitiert hatten, einfach auf die Antworten der Landesregierung auf die bisherigen Anfragen aus dem Jahr 2020 oder von Ende 2021 verweisen, durchaus aktuelle Antworten. Wenn man aber allerdings als Vertreterin der Bürgerinnen und Bürger einer ländlichen Region hat, dann ist es, dass man Infrastruktur im ländlichen Raum nicht allein anhand von benötigten Fördergeldern oder den aktuellen Nutzerzahlen bewerten kann und bewerten darf. Wird aus Kassel-Kalden jemals ein zweiter Frankfurt Airport werden? Sicher nicht. Ist die Landesregierung bemüht, Einspar- und Entwicklungspotenziale zu heben, damit das Betriebsdefizit und die benötigten Zuschüsse sinken? Auf jeden Fall. Das ist auch schon gelungen in den vergangenen Jahren. Die Situation in der Pandemie hier als Maßstab heranzuziehen, wird der Sache nicht gerecht. Das ist, glaube ich, auch jedem hier klar. Selbst der Flughafen Frankfurt war lange Zeit eine Geisterstadt. Aber es geht hier doch nicht darum, einen profitablen Wirtschaftsbetrieb aufzubauen. Zum Vergleich, beim ÖPNV zum Beispiel decken die Ticketpreise im Schnitt nur etwa die Hälfte der Kosten. Worum es aber gehen muss, ist, Impulse zu setzen, Impulse für die Entwicklung des ländlichen Raums. Etwa die Hälfte unserer Bevölkerung in Hessen lebt heute im ländlichen Raum und genießt dort die Nähe zur Natur, den besonderen gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Dörfern und den Freiraum. Das ist gut so. Darum setzen wir uns auch für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ein. Nicht nur in Hessen übrigens, sondern auch die Bundesregierung hat sich 2018 unter Angela Merkel dieses Thema angenommen, mit der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zukunft unserer ländlichen Räume zu gestalten. Es braucht kleine und große Impulse, kurzfristige und langfristige Anreize, damit sich Regionen im ländlichen Raum entwickeln, erhalten bleiben und mit der Zeit gehen. Wenn man als Abgeordnete eine Förderbescheidübergabe beiwohnt, an einem Samstagnachmittag in einem kleinen Dorf mit wenigen Einwohnern steht und ihre Abgeordneten sehe ich da, Gott sei Dank, relativ selten, und sieht, wie sehr sich die Mitglieder des Heimatvereins darüber freuen, dass sie ihren Dorfplatz verschönern können mit neuen Bänken, dann merkt man, dass selbst kleine Impulse, wichtig sind, wichtig sind, um das Leben im ländlichen Raum lebenswert zu gestalten, und wichtig als Zeichen von Respekt vor den Menschen, die diese Lebensweise wählen und deren Heimatverbundenheit sehr häufig zu einem großen gesellschaftlichen Engagement führt. Kassel-Calden ist ein Beispiel für einen größeren und langfristigeren Impuls zur Entwicklung im ländlichen Nordhessen. Es ist nicht einfach nur ein Flughafen. Wir haben zunehmend Ansiedlungen und Investitionen rund um den Flughafen. Wir haben zahlreiche Menschen, für die der Flughafen und die Betriebe rundherum einen Arbeitsplatz bieten. Den Flughafen jetzt abzuschreiben, aufzugeben, wäre ein falsches Signal für diese Menschen, für ihre Familien und die gesamte Region Nordhessens. Infrastrukturprojekte erwirtschaften in der Regel keinen Profit, und sie benötigen eine lange Zeit, um überhaupt die Chance zu haben, ihre Wirkung zu entfalten. Auch hier ist die Regionen Nord- und Osthessen ein hervorragendes Beispiel. Vor der Wiedervereinigung endete die Bundesautobahn 4 auf der westdeutschen Seite an der Anschlussstelle Wildeck. Unternehmensansiedlung gab es im Zonenrandgebiet nur mit Förderung. Nach der Wiedervereinigung sind manche Unternehmen dann sogar nach Thüringen gegangen, weil die finanziellen Anreize hier höher waren. Heute dagegen sind Gewerbeflächen entlang der A4 und der A7 heiß begehrte Standorte in der Mitte von Deutschland und im Herzen von Europa. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für eine zukunftsfähige Entwicklung im ländlichen Raum braucht es beides, Impulse und Zeit. Die wirtschaftliche Entwicklung im Regierungsbezirk Kassel zeigt einen positiven Trend über die vergangenen beiden Jahrzehnte mit sinkenden Arbeitslosenzahlen und steigenden Primäreinkommen der Haushalte. Zum Landkreis Kassel, zu dem der Flughafen Kalten auch gehört, schreibt die Hessen-Agentur in ihrer Analyse zur wirtschaftlichen Entwicklung seit dem Jahr 2000. Aufgrund der überdurchschnittlichen Wirtschaftsentwicklung des Landkreises hat sich dabei der Abstand der Arbeitsproduktivität zum Landesdurchschnitt über den Gesamtzeitraum seit 2000 von 15 % auf 7 % verringert. Die Entwicklung des ländlichen Raums ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Ich würde sogar behaupten, dass es keine Ziellinie gibt, weil es eine Daueraufgabe ist. Es war dabei nicht die eine, sondern ein ganzes Bündel von politischen Maßnahmen zur Förderung von Wirtschaft und Gesellschaft, welche über Jahre hinweg zur positiven Entwicklung beigetragen haben. Aber die wirtschaftliche Situation ist weiterhin in keiner Weise mit der Wirtschaftskraft des Rhein-Main-Gebiets vergleichbar und angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sicherlich auch nicht in Stein gemeißelt. Umso wichtiger ist es, dass wir auch weiterhin das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum in Hessen wertschätzen und nach Kräften unterstützen. Das gilt auch für den Airport Kassel-Calden. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bitte ich nun Herrn Kaufmann ans Rednerpult. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Weit fortgeschrittene Zeit ist festzustellen. Die Antragsteller diesen Antrags blicken nach Norden. Wir von Wiesbaden aus tun dies auch nur noch ein Stückchen weiter, nämlich hoch bis zur Küste. Denn von dort kommt erfreuliche Kunde. AfD hat fertig. Sie wird von niemandem mehr gebraucht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das gilt auch für Hessen und erst recht für den von Ihnen gestellten Antrag. Ich will mich deshalb auf sehr wenige Sätze, die Ihnen auch allen bekannt sein sollten, konzentrieren. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag des Jahres 2013. Die Koalitionspartner vertreten zur Notwendigkeit des abgeschlossenen Neubaus des Flughafens Kassel-Calden gegensätzliche Positionen, an denen Sie auch jeweils festhalten. Das Land erwartet unabhängig von der Flughafen Kassel-Gesellschaft die sofortige Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung des Betriebsdefizits, das gemäß dem Gesellschaftsvertrag zu 68 % vom Land zu tragen ist. Im Jahr 2017 wird die Entwicklung des Flughafens seit seiner Inbetriebnahme umfassend evaluiert. Dabei wird nicht nur die Erreichung der Ziele zur Reduzierung des Defizits, sondern auch die dann absehbare Entwicklungsperspektive des Flughafens kritisch überprüft. Folgerichtig heißt es im Koalitionsvertrag des Jahres 2018 auch hier wieder Zitat, durch die Evaluierung des Airports Kassel wurden die Kosten seines Betriebs für das Land und die weiteren Anteilseigner erstmals von umfänglich transparent gemacht, und die verschiedenen Betriebsszenarien mit dem Ergebnis gegeneinander abgewogen, ihn als Regionalflughafen fortzuführen. Die Kosten- und Erlösstruktur des Flughafens wurde seit Inbetriebnahme kontinuierlich optimiert. Dieser Prozess wird in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, gab und gibt es unterschiedliche Auffassungen zum Bedarf des nordhessischen Flughafens, aber es gibt die einvernehmliche Vereinbarung, wie weiter zu verfahren ist. Diese Vereinbarung setzen wir um, ohne dass es dazu irgendwelche Anträge von Rechtsaußen oder von sonst wem bräuchten. Vielen Dank. Für DIE LINKE erteile ich nun Herrn Felstehausen das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien! Ich sage einmal moin, liebe AfD, auch endlich aufgewacht. Es war eine spannende lange Zeit. Jetzt habt ihr ein neues Thema entdeckt. Aber außerdem vorzutragen, was schon lange bekannt ist, ist es eigentlich nicht so weit rübergekommen. Insofern war das nun wirklich kein Highlight, der bisher abgeliefert worden ist. Aber auch wir haben dazu natürlich eine klare Position. Da wundere ich mich manchmal schon, über die Bemühungen der GRÜNEN, eine Situation, die sie selber auch nicht als gut erleben und betrachten, hier gut zu reden. Worüber sprechen wir eigentlich? Kassel Airport, früher besser bekannt als Flughafen Kassel-Kalden, der Ort weit im Norden Hessens, von dem die meisten wahrscheinlich gerade noch wissen, wo er liegt, aber wo die allermeisten von uns noch nicht von geflogen sind, was auch kein Wunder ist, denn da fliegt ja so gut wie gar nichts. Selbst Menschen aus Nordhessen nehmen das Angebot des Flughafens eben nicht an. Die Kleinst-Airlines, die dort gecastet werden, kommen und gehen fast so häufig wie die Geschäftsführer. Die Flüge fallen aus. Die Fluggäste werden kurzfristig auf andere Flughäfen umgebucht oder stranden an Flughäfen, von denen sie nicht abgeflogen sind. Wenn jetzt hier der Kopf geschüttelt wird, ja, wir lesen doch die gleiche Tageszeitung, oder nicht in Norden Hessens. Fast wöchentlich genau diese Berichte. Die Konsequenz aus diesem inzwischen zehnjährigen Trauerspiel ist, dass die Menschen in Nordhessen, wenn sie denn fliegen wollen, und viele verzichten zum Glück inzwischen auf Flüge, sich Alternativen suchen. Die nächsten Flughäfen sind eben Frankfurt und Hannover mit ungefähr 1 Stunde 20 zu erreichen. In Paderborn sind es nur 55 km hin. Das ist mit dem Auto in einer Dreiviertelstunde zu schaffen. Den Bau des Verkehrsflughafens in dieser Region hat DIE LINKE von Anfang an seinen Fehler angesehen und die Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes gefordert. Um das Drama zu stoppen, hat DIE LINKE über 20 parlamentarische verschiedene Initiativen in den Landtag eingebracht. Aber die Regierungen in sehr unterschiedlichen Zusammensätzen wollten unbedingt diesen Flughafenausbau. Lena Arnoldt hat es gerade noch einmal deutlich gemacht. Sie wollten ihn unbedingt durchsetzen. Roland Koch sollte seinen Flughafen bekommen. Wenn ein Flughafen in München nach einem Ministerpräsidenten benannt wird, dann müsste es doch das Ziel geben, in Hessen das Gleiche zu tun. Die Landesregierung hält also unbeirrt an der einmal getroffenen Entscheidung fest, und die war so falsch wie heute, war sie auch damals. Sie stellt eben auch selbst fest, dass es eigentlich nicht notwendig ist, dort diesen Flughafen zu betreiben, weil alle Ziele auch mit dem Verkehrslandeplatz hätten durchgeführt werden können. Seitdem sprechen wir mehrmals jährlich über den Flughafen. Warum sprechen wir darüber? Nicht, weil da nichts fliegt, sondern weil er unendlich teuer ist. Das ist doch das eigentliche Problem. Die Kostenkalkulation hat sich, wie von den Kritikern vorhergesagt, als geschönt erwiesen. Die Verkehrsprognosen ebenfalls, Skandale um EU-Subventionen und Geschäftsführer reihen sich nahtlos an Betrug bei der Baustellenkostenabrechnung, bestellte Gutachten für die Evaluierung usw. 600.000 Passagiere sollten es sein. Was für ein tolles Ziel für Nordhessen. 600.000 Passagiere, das war die Prognose. In Wirklichkeit wird diese Prognose gerade einmal zu 21 % erfüllt. Meine Damen und Herren, da sind schon alle mit eingerechnet. Da sind die Fallschirmspringerinnen mit eingerechnet. Da sind die Kleinstflugzüge mit eingerechnet. Da sind Reparaturflüge mit inbegriffen. All das ist in diesen 127.000 Nutzerinnen des Flughafens jährlich mit eingerechnet. Und dann frage ich mich, was machen eigentlich die GRÜNEN. Denn es waren die GRÜNEN, die zu Anfang zusammen mit der Bürgerinitiative den Ausbau infrage gestellt haben und gesagt haben, wir brauchen diesen Flughafen nicht. Aber seit die GRÜNEN in der Regierung sind, das wurde von Herrn Kaufmann gerade ausgeführt, hat man seinen Frieden damit gemacht und trägt die Kapriolen des Koalitionspartners mit. So stimmt auch die Landesregierung in den Jubelchor ein, wenn es als Erfolg gewertet wird, dass es jetzt zwei neue Verbindungen vom Flughafen Kassel gibt, nämlich eine nach Sylt und eine nach Rügen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir ja demnächst das 9-Euro-Ticket. Wenn man auf so etwas stolz ist, einen Kleinstflughafen zu betreiben, der Kurzstreckenflüge innerhalb von Deutschland anbietet, dann frage ich mich wirklich, wo ist dort eigentlich die ökologische Verantwortung? Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD des BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN des BÜNDNISSES 90-DIE GRÜNEN Das ist im Übrigen das letzte Mal. Das ist 2.000 Jahre her, dass das einmal geklappt hat. Wir werden wahrscheinlich noch warten müssen, bis wir das eventuell auch in Kassel-Calden erleben. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass der Flughafen Kassel Airport den Kostenrahmen von 6 Millionen € nicht überschreiten soll. Sie haben gesagt, Sie möchten das transparent darstellen. Da muss ich sagen, Sie haben schon heute diesen Koalitionsvertrag gebrochen. Warum? Das will ich kurz sagen. Seit 2017 wird jährlich ausgewiesen, der Kostenrahmen von 6 Millionen € wird durch Zauberhand eingehalten. Aber wir wissen doch, hinter jedem Zaubertrick, wenn man einmal hinter die Bühne steht und sich das anguckt, stellt man fest, es ist ein relativ einfacher Taschenspielertrick, der angewandt wird. Das nennt Herr Kaufmann Optimierung. Ich will jetzt einmal ganz kurz in drei Schritten erzählen, was die Optimierung an dieser Stelle bedeutet. Als Erstes wurde versucht, die ausgewiesenen Kosten durch die Übertragung auf Bund und Land, nämlich für hoheitliche Leistungen in Höhe von 3,5 Millionen €, aus der Bilanz herauszunehmen. Die Gemeinde Kassel-Calden musste vor der Pleite bewahrt werden. So übernahm auch das Land Hessen die Kosten für die Gemeinde Kalden als Eigentümer oder Miteigentümer dieses Flughafens, weil die 170.000 € aus dem Säckel der Gemeinde nicht zu tragen gewesen wären. Zweiter Schritt. Das Kerngeschäft, also der Flugbetrieb, liefert den allergeringsten Deckungsbeitrag zu dem Erlös des Flughafens. Der größte Teil der Einnahmen entsteht durch Vermietung von Flächen, unter anderem für die Unterkunft für Geflüchtete. Ich bin froh, dass es das gibt. Unter anderem für das Corona-Impfzentrum. Ich bin froh, dass es an dieser Stelle ist. Unter anderem für Pommesbuden und Ähnliches. Aber all diese Vermietungen haben nicht das Geringste zu tun mit dem Flugbetrieb. Es geht darum, den ehemaligen, den alten Fluglandeplatz dort zu vermarkten. Daraus generiert der Flughafen der Airport Kassel derzeit seinen größten Deckungsbeitrag. Zuruf des Abg. Janine Wissler Das mag ja sein, dass ich das jetzt nicht richtig verstanden habe. Ich zitiere einmal. Das Finanzministerium hat sich in der Zeit folgendermaßen eingelassen. Gerade während der Corona-Krise habe sich das Geschäftsmodell des Kassel Airport bewährt. Die Geschäfts- und Privatflüge, die Vermietung und Verpachtung von Flächen, all das ging trotz Corona recht gut weiter. Ja, da wird das Geld verdient bei der Vermietung an dieser Stelle, und nicht dadurch, dass irgendetwas fliegt oder nicht fliegt. Der ausgewiesene Verlust war während der Corona-Zeit nicht größer oder kleiner als davor. Da fragt man sich doch, wenn alle Flüge ausgefallen sind, warum hat sich da eigentlich im Betriebsergebnis nichts verändert? Das kann doch nur darauf hindeuten, dass die Flüge selbst eigentlich überhaupt keinen nennenswerten Beitrag zur Erdeckung der Kosten liefert. Ich möchte noch auf einen dritten Teil des Taschenspielertricks hinweisen. Er funktioniert wie folgt. Im Koalitionsvertrag sind die 6 Millionen € festgeschrieben. Der Finanzminister hat natürlich Sorge, gegenüber den GRÜNEN erklären zu müssen, wie man mit diesen 6 Millionen € umgeht, wenn eigentlich die Summe höher sein sollte. Also gibt es jetzt folgende dritte Maßnahme. Um die 6 Millionen € Grenze zu halten, wird jährlich ein Teil der Substanz verkauft. Denn zum Airport Kassel gehört auch die ehemalige Verkehrslandefläche. Dort wird auf diesem Gewerbegebiet jährlich ein Teil umgewandelt. Daraus generiert der Airport Kassel seine Einnahmen, um seine 6 Millionen € zu halten. Aber das Problem, das der Finanzminister an der Stelle hat, auch für dieses Gewerbegebiet, ist die Nachfrage denkbar bescheiden. Jetzt kommt der finale Griff in die Trickkiste. Die landeseigene hessische Landgesellschaft mit ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden Staatssekretär Jens Deutschendorf und zusammen mit Oliver Konz kauft im Rahmen der sogenannten Grundstücksbevorratung so lange Stücke von der Flughafen GmbH bis am Ende die Bilanz wieder stimmt. Das, meine Damen und Herren, ist eine perfekte Illusion. Am Ende steht in der Bilanz 6 Millionen € drin. Die GRÜNEN können sagen, wunderbar, wir haben den Rahmen eingehalten. Der Finanzminister hat einen kleinen Schattenhaushalt aufgebaut, und alle sind glücklich. Das Ende der Geschichte ist doch aber, meine Damen und Herren, es fliegt nach wie vor nichts von diesem Flughafen. Deshalb stellen wir als LINKE fest, der Airport Kassel ist ökologisch unvertretbar, und er steht den Zielen zur Veränderung von Mobilität diametral entgegen. Der Airport Kassel ist finanziell ein Desaster. Er verschlingt Millionen €, die wir für die Entwicklung des ländlichen Raums in Nordhessen deutlich besser nutzen könnten. Herr Felshausen, kommen Sie zum Schluss? Ich komme zum letzten Punkt. Drittens. Damit ist der Airport Kassel das Symbolbild in Nordhessen für die Unfähigkeit, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Das würde bedeuten, steigen Sie einfach aus diesem Flughafen aus. Lassen Sie uns zum Verkehrslandeplatz machen. Dann können alle Flugzeuge fliegen, alle Arbeitsplätze an dieser Stelle bleiben erhalten, abgesehen von dem Personal im Tower und der Betriebsfeuerwehr und dem Zoll auf dem Platz. Aber alle relevanten Arbeitsplätze, die dort sind, bleiben erhalten. Das wäre tatsächlich eine Perspektive für Nordhessen. Lassen Sie uns mit dem Geld etwas Sinnvolleres anfangen. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus